Hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Part Let's Play Kingdom Hearts 2.5 HD Remix. Ja, wir müssen mal schauen was hier mit Poo abgeht, denn der gute Donald hält das Buch schon in seinen Armen. Goofy, ich weiß dass du und Poo gute Freunde seid. Wir sollten ja eigentlich auf Merlin warten, aber ich wüsste auch gern wie es Poo geht. Ja, ich wüsste es auch gerne und darum schauen wir einfach mal. Sohra, cover for me, okay? Tja, ob Poo zu Hause ist, mal schauen. Was geht denn jetzt hier ab? Ach ja, wie schön, der 100 Morgenwald. Poo's Haus. Hallöchen! Oh! Hey Poo Bear, how are you doing? Finding enough honey lately? Oh yes. In fact, I was just about to do my stoutness exercises. Would you like to join me, Sora? Sure, I'm game. Huh? Ah! Ah! Was geht denn jetzt ab? Was ist denn jetzt passiert? LOL Na toll Dauernd diese Herzlose Ich kriege ja noch zu viel Was macht ihr hier? Was veranstaltet ihr hier, ihr Penner? Hier, Licht Seht's euch an Wie ich mit dem Licht hier umgehe Hier Ich feste dich hart, Mann So, mit meiner Heldenform klappt das hier alles perfekt Sehr schön Immer fester auf die Ümme Ich denke, es ist okay? Gorge, vielleicht besser du zurück und sicher Poo ist gut Aber was soll ich sagen? Ich denke, wir können es erklären. Großartig! Hervorragend! Dankeschön, Dunkelheit! Toll! Super! Dankeschön, Dunkelheit, dass du uns gerade mal wieder gefistet hast! Ich hab dich auch sehr lieb! Und jetzt lass mich endlich zu Poo! Poo! Hey, wie geht's dir, mein Freund? Ich bin so glücklich, dass du okay bist, Poo! Und ich bin glücklich, dass du uns besitzt hast! Aber du siehst, ich war gerade zu beginnen meine Stoutness-Exercise. Vielleicht können wir uns ein bisschen später besitzen. Jemand, ich weiß nicht. Oh, sicher. So, wie ist Piglet diese Tage? Ich glaube nicht, dass ich jemanden mit diesem Namen weiß. Wo bin ich? Oh, ja! Meine Stoutness-Exercise! Poo? Hey! Poo! 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 Ich vermute, dass das was mit den Seiten zu tun hat, die die Herzlosen gestohlen haben. Ihr werdet die herausgerissenen Seiten finden und das Buch restaurieren müssen, um wieder Ordnung herzustellen... dieses buch ist ein wichtiger teil ein freund dieser welt ich hatte eigentlich vor leon und den anderen zu sagen dass ich es gefunden habe aber vielleicht behalten wir das im moment besser für uns das werden wir gut gut wo wir gerade von wichtigen freunden sprechen dies ist für dich so war was ist das konzentriere dich einfach mit aller kraft darauf und ein wort genügt um einen freund herbeizurufen der dir in zeiten der not beistehen wird sowie simper und musho als wir das letzte mal hier waren exakt nun gehen mit deinen freunden an deiner seite danke merlin wir machen uns große sorgen um puh also werden wir wiederkommen sobald wir die fehlenden seiten gefunden haben baseball amulett rufe mit der hilfe von zwei gefährten über das kommandomenü rufen hühnchen junior zur unterstützung im kampf herbei aus welchem disney film war noch mal hühnchen junior das kommando rufen wurde hinzugefügt durch auslösen wird die dreifleiste zur freundesleiste der herbeigerufene freund ersetzt die restlichen gruppenmitglieder probieren die verschiedenen kommandos aus die jeder freund mit sich bringt tja sehr sehr schön aber ich denke mal um diese welt werden wir uns später kümmern oder kümmern müssen vielmehr denn eine neue welt steht an und zwar diese hier mhm oh ja lassen wir uns noch nicht durch ne moment ich muss mal eben schauen in jiminis tagebuch genau da steht es dann auch ja so das nächste ziel die seiten gehören zurück ins buch hier haben wir kein nächstes ziel hier haben wir was ach doch die verlorenen seiten finden ruf zur nächsten welt was was steht hier auf zur nächsten welt genau und hier die seiten gehören zurück ins buch hm wenn wir schon irgendwo finden in der welt aber jetzt geht es hier erstmal weiter phantomstraße los geht's einsatz fliegen let's go tja mit welchem gummijet fliegen wir denn jetzt mal hier ist ein neuer dabei die stats sind überragend also highway level 2 los geht's im übrigen in kingdom hearts 1 falls ihr euch noch erinnert konnten wir das schiff selber benennen hier heißt es automatisch highwind jawoll chap und chip auf geht's ready go auf zu einer neuen welt auf geht's wir packen das schon im übrigen gehört glaube ich hier auch wie die die winnie pooh welt gehört glaube ich auch zu den ähm welten die man braucht für die 100 prozent und die mache ich dann auch in extra videos und nicht im regulären let's play aber ich weiß es nicht mehr so gummi lofkampftipps ja sehr schön das kennen wir schon richtig gut wie wir machen das aber aufpassen wird dass wir nicht irgendwo gegen donnern ja 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 komm verzieht euch mal wo kommen die alle her oh shit happens sie haben uns gerade die sind gerade explodiert kann das sein das ist schlecht verdammt schlecht so einmal bitte anvisiert alle bitte dankeschön passt schon sehr gut sauber leute oh mein gott mist das ist schlecht ach so werde ich die los ich kann eine rolle machen oh mein gott so merken mit der rolle dass ich die abschütteln kann so laser komm ich muss die hier weg machen ja ist gut so einer ist schon mal weg ah ok komm das ratter bekommen wir auch noch weg oder komm schon shit happens oh 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 diese geister hau ab ah diese herzlosen immer dass die uns immer aufhalten wollen ich verstehe es nicht oh gott so jetzt ist schluss hab ich doch wohl gerade gesagt oder schön immer bekomme ich hier auch das maul mann ey ich mich würde echt mal interessieren was bei euch abgeht so schluss oh oh das ist nicht gut das ist gar nicht gut ei 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 ja ich komme mir echt irgendwie ins stress immer so rums bums aus die maus oh sicher kommt auch von noch ein paar seiten ihr herzlosen pack so sauber sehr schön sehr schön sehr schön so der auch noch weg wir haben gleich das ganze schiff zerstört alter sehr nice komm geh runter god damn it nein hau ab hau ab sehr gut mehr 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 das wird so hart am besten was geht ich kann mich hier nicht um alles kümmern hier sind so viele sachen auf einmal oh shit 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 habe ich nicht geschafft schade so was machst du jetzt die blöde schiff nix mehr denn wir haben es geschafft boah war das knapp irgendwann zwischenzeitlich habe ich schon gedacht dass wir drauf gehen werden aber okay haben wir doch gut gemeistert jawohl fahrt gesichert sehr gut zum skript 1 und 2 freigeschaltet und hiwin entwurf level 3 freigeschaltet sehr schön mini jet system nice schön so dann kann es ja weitergehen na nun ah die arena des olyms ja eine sehr sehr schöne welt da waren wir auch schon in kingdom hearts 1 allerdings meine lieben lieben freunde wie das ganze hier so weitergeht mit der arena des olyms das sehen wir in einem neuen spannende part von let's play kingdom hearts 2.5 hd remix bis dann und ciao euer let's play e-gamer